Das zahnmedizinische Team am EG im Zentrum Hannovers ist ein modernes Diagnose- und Behandlungszentrum für Ihre Zahngesundheit und Zahnästhetik. In der familiären und freundlichen Atmosphäre der Praxis sorgt ein aufgeschlossenes und hochqualifiziertes Team für individuell abgestimmte zahnmedizinische Behandlungsmethoden. Die Leistungen der Praxis erstrecken sich von der allgemeinen Behandlung unterschiedlicher Zahnerkrankungen über die Prophylaxe bis hin zu umfassenden Leistungen in der Zahnästhetik und innovativen Techniken der Implantologie. Stets werden modernste Behandlungsverfahren und neueste Technologien sowie Materialien nach aktuellsten Erkenntnissen verwendet. Anhand von 3D-Aufnahmen wird die digitale Konstruktion zur Herstellung von Zahnersatz im praxisinternen Labor durchgeführt. Auch bietet die CEREG-Methode bestehend aus einem Intraoral-Scanner und einem CAD-CAM-System eine komplexe Indikationsvielfalt und den Vorteil der Chair-Side-Herstellung. Direkt am Patienten können Rekonstruktionen und Restaurationen an Keramik-Inlays, Kronen oder Brücken vorgenommen werden. Auch bietet die mikroskopische Wurzelbehandlung viele Vorteile, da sie die Darstellung feinster Wurzelkanäle ermöglicht und eine höchstmögliche Präzision gewährleistet. Großes Augenmerk zum Schutz vor Zahnerkrankungen gilt der Prophylaxe, die auch in der Kinderzahnheilkunde Anwendung findet. Ohnehin hat die Kinderzahnheilkunde und seniorengerechte zahnmedizinische Beratung und Behandlung einen hohen Stellenwert, da hier altersspezifische Faktoren stärker berücksichtigt werden müssen. Stets wird auf das Wohlergehen aller Patienten größter Wert gelegt.